So, jetzt schleppen wir gerade an der Felswand vorbei und einmal riesige Nilbarsches hin. So gleich ist das nicht, hast du gehört jetzt. Guck mal, jetzt siehst du sie nicht ganz lang. Oh, das ist ein großer. Ja. Was ist dieser schön schlagmisch? Ah, wunderschön. Hier haben wir ein typischer Tigerfisch. Mit einem ganz brutalen Gebiss. Da bleibt kein Auge trocken. Ja. Ja. Ist das okay? Ja. 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 Hey. Allonspekt. Alles klar Alter? Das ist sowas hätte ich in meinem Leben hinterliegt. Der erste dicke Nilbarsch von Thomas und unser Guide Mohamed. Jawoll, nice picture. So, moment, I take the photo-apparat. Wunderschön, jawoll, alles super. Wow, 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 47 Kilo, was ein Fisch. Hier haben wir jetzt ein Pelzer, wenn du dich nicht mehr beherrschst. Der ist nicht so groß, aber der hat gekämpft. Das ist ein Rott, ja. Ja, das ist ein schwerer Rott. Ja, das ist ein schwerer Rott. Big fight. Big fight. Ich hab gedacht, das wäre die Killer. Okay. Okay. Kannst du es nix anzusehen. Okay. Okay. Hey. 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 Für den Morgen hat es schlecht, oder? Gute Morgen. Ja. Super. Ja. Äl mantener zu, oder? Ja. Ja.